Ich bin Timo Berg. Ich bin 19 Jahre alt. Ich arbeite in Sissach bei der Gara Schädigen bei der Renault-Vertragung. Warum ich mich für den Beruf entschieden habe, ist, weil es technisch recht umfangsreich ist. Man hat angefangen von Chemie, bei der Verbrennung bis zur Pneumatik und so weiter. Das Ganze ist recht cool. Es gefällt mir vor allem, wie man es früher gemacht hat. Einige Sachen, dass es eigentlich recht primitiv ist und dass es trotzdem funktioniert, das ist eigentlich das Geile an diesem Beruf. Und ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich es mir ausgesucht habe. Und ja, was ich nach der Lehre machen will, ist noch nicht klar, aber ich bleibe sicher auf dem Beruf. Wahrscheinlich will ich dann noch eine Weiterbildung machen als Restaurant und dann halt auf Alzheimer arbeiten.